Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Green Project. So, wir sind gerade noch in dem Modus, mit dem wir aufgehört haben. Also eigentlich wollen wir jetzt essen. Wir essen. Ne, wir hauen uns jetzt da nicht. Dies hatten wir ja gerade. So, einmal hier rüber, einmal hier hin. Dann brauche ich dich nicht. Ich brauche hier würde ich gerne hin. Nein, hier hin, richtig und gehen los. Was braucht denn? Weg damit, was in S-Bach-Kälte. Da ist dieses und jenes und welches. Du kannst auch hier oben hin. So, dann sind wir hier. Und auch wenn wir schon auf 24 runter sind mit unserem Schlaf, werden wir trotzdem noch mal etwas laufen. Und mal kurz etwas gucken. So, wir gehen nicht hier lang. Hier lang, hier rum, hier runter. Schauen wir einmal kurz da rüber. Denn diese Blumen wuchten ja seit jeher auf den Gräbern seiner Vorfahren. Aber offensichtlich wachsen die nicht nach. Umgehäckselt. Hey, das geht ja vorrangig aus. Ich möchte bitte. Ne, hier. Was, 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 was? So. Herzchen? Warum Herzchen? Stopp. Ich möchte den hier einmal rumhacken. Das möchte ich bitte nicht, aber den muss ich mitnehmen und den muss ich mitnehmen und den muss ich mitnehmen und den muss ich auch mitnehmen. Den und den auch und komm schon. Den müssten wir tatsächlich auch mitnehmen. Haben wir, ähm, bin ich nöt. Jetzt gerade irgendwo was übersehen? Oder gab der jetzt tatsächlich nur einen? Schon wieder. Hey, die Sterben. Dann, jo, haben wir. Was, und wir haben ja irgendwann mal da hinten, haben wir ja auch mal einen angebaut. Da werden wir jetzt mal hinschauen. Ach, müde wie wir sind. Ach ja, genau, und wenn ihr nicht, äh, auf, auf Kommentare, wenn ihr Kommentare schreibt und ihr bekommt keine Antwort von mir, dann liegt es daran, dass in Bayern die Sommerferien angefangen haben vor ein paar Tagen und, äh, ja, ich hart in der Vorproduktion bin. Hm, und, äh, wahrscheinlich jetzt gar nicht im, ne, wisst ihr schon? Bye. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Bei Anfang der Folge. Bei Anfang der Folge habe ich, habe kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich einmal gespeichert. Also, drei, also fehlen uns tatsächlich nur drei Minuten und ein paar Zerquetschen. So, hier runter, hier rum, hier rüber, hier durch. Wollen wir den überhaupt da unten hin? Jetzt wissen wir ja, dass es unnötig ist. Jetzt wissen wir ja, dass es unnötig ist, also müssen wir den da gar nicht hinklappen. Wir können es uns also auch hier sehr viel schöner und sehr viel grüner machen. Vielleicht sollten wir das so mal hier, bis da so, so hier hin. Ja, dann hier her und dann so. Und hier so, zack, 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 so. Einfach, dass man das Zeug so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen vernichtet, aber hey, damit man es so ein bisschen vernichtet. So, ich gehe das hier aus alles. Und wieder ein Käfer. So, schön hinterher. Ich weiß nicht, ob die Eidechsen was kaputt machen, aber wir hauen die jetzt trotzdem. Wir hauen die alleine schon deswegen, weil wir ihre Haut brauchen. Leider. Diese Eidechsen, ne. Wir brauchen ihre Haut, um späteren Verlauf dann für uns einen Rucksack herzustellen. Ja, auch so eine Sache, die halt einfach wirklich wichtig ist, weil ich ständig überladen bin. Ständig. So, dann hier einmal rein, hier einmal rum. Hier einmal hin. Dann feststellen, wir haben da noch Ton drin. Das ist auch super gut. Das Zeug hier mal raus. Dann hier unten hin. Hier, hier. Ach ja, genau. Wir waren ja noch ausgeladen, ne? Hier ist das doch. Ja, hier so ein bisschen. So leicht, leicht angegammelt. Aber das ist noch gut. Das kann man, das kann man noch gut essen. In Ordnung. So, hier, hier, halt hier. Zack, zack, zack. Dann hier hin und da. Mensch, sieht's aus wie bei mir im Garten. Also, meine kleine Terrassenfläche. Denn da sind mindestens genauso viele Tomaten. Tomaten. Ja, ich weiß, wir müssen uns, wir müssen uns kümmern. Um uns selbst. Hier. Ja, der war, der war nicht so toll. Dann da hin, dann da hin und dann hier hin. Können wir die da wieder reintun. Fertig essen und fertig trinken. Und dann können wir hier reingehen. 19.55 Uhr, das ist auch so die Zeit, die ich im wahren Leben immer schlafen gehe. Damit ich dann pünktlich um 6 Uhr morgens wieder aufdenke. So, ich glaube, ja, nicht mal bis 6 Uhr morgens 5. Unglaublich. Tacke. Ich glaube, wir brauchen mehr Eicheln. Äh, mehr Eichen. Unglaublich. Dann feststellen, dass wir hier leider nichts haben. Sogar drei Stück haben wir davon. Wir werden also noch warten müssen. Können wir da bitte einen Drink zu uns nehmen und dann eine Stunde dumm auf der Kaukelstuhl vor uns hinwippen. 6 Uhr 4. Und die Sonne ist voll da. Berechend. Wenn es hier drum geht, was eventuell dann braucht es geht. Aber wir brauchen ganz, ganz dringend diesen... Sagt es mir. Wir brauchen unbedingt diese blöden, blöden Dinger da, ne? Hilft nichts. Wir brauchen diese Leuchttäfer. Wir brauchen fünf Stück. Fünf von diesen tollen, hervorragenden Leuchttäfer. Hier oben, das bist du, ja... Sieht aber jetzt auch gerade nicht so aus, als ob da viel... So, hier, wir packen das mal ein bisschen ein. Und wir müssen ja natürlich schauen, dass wir Dinge zusammenbringen. Ja, also hier, ähm... Ein bisschen mehr Dünger. Ja, ist ja auch wichtig. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir hier... Baumsamen zusammen bekommen, ja? Baumsamen sind das K und O hier. Eigentlich müssten wir hier hin und dann müssten wir hier. Weil der Baum macht nicht so viel, aber der trägt. Wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier schon. Dann können wir hier hin. Hier und dann... Hier. So. Das sieht so an sich ganz gut aus. Ja? Was sehen hier meine entzündeten Augen? Gar nicht. Stopp. Ja. Ich glaube, die Eichen müssen wir auch schauen, dass wir irgendwie so ein bisschen zusammenhalten. Okay, da ist schon wieder ein Baum. Auch Baum. Da ist auch... Ja, super. Ja, super. So, dann gehen wir halt mal doch runter. Auch wenn wir da gerade... Auch wenn wir da gerade verstorben sind, gehen wir trotzdem jetzt immer hier runter. Ich habe so ein... So ein Ding mit Leuchtkäfern mal hier, ne? Das wäre es nochmal gewesen. Aber gucken mal, wie sieht es hier aus? Da sieht es aus. Können wir den hier? Können wir nicht hier. Aber wir können hier den... Können hier die Nesseln mal wegzenzen. Okay, ist gut. Ich verstehe. Ja, ja. So. Machen wir mal hier. Das haben wir. Dann gehen wir hier hin. Weichen den auf. Halt hier. Hier. Und dann hier. Und dann müssten wir die Nessel einpacken können, die wir nicht einpacken können, weil wir irgendwelche beschissenen Künstler... Okay. Da klatschen wir doch direkt die Raupe. Dann nicht hier rüber, hier runter, hier durch. Schauen wir da jetzt trotzdem mal runter. Wir haben nichts mehr davon, aber wir gucken jetzt trotzdem mal runter. Zack, da hier. Restliches Wegehörnchen. Schauen wir mal ein bisschen. So, dala. Hier und hier rüber. Da sehen wir doch auch schon mehr. Ja, ja. Erwischt. So und dann können wir nicht, weil wir kein Bflanzgut haben. Das ist sehr schade. Wir könnten jetzt... Ja, aber ich weiß nicht, wie weit wir da kommen. Also können wir hier auch langlaufen. Vollkommen irrelevant. Lasset uns hier langlaufen. Wo kommen wir hier hin? Da kommen wir zum... Okay, da kommen wir zum... Ich sehe schon, wir müssen auch hier irgendwann mal wahrscheinlich Radräume pflanzen. Ja. So. Das war wohl mal eine Allee. Also so macht es zumindest den Anschein. So, wo kommen wir hier hin? Da kommen wir bloß zu der Höhle irgendwann. Genau. Für dieser Fleck ist es glaube ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier her. Wenn wir... Kann ich nicht mal... Ich glaube auch nicht, dass dieser Loot-Table von den Bäumen so zufällig ist. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Hm. 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 Ich weiß es nicht, dass er nicht möchte. Richtig. Äh. Dann hier lang. Hier rum. Hier rüber. Da liegt noch... Raumstumpf. Den nehmen wir uns natürlich mit. Das ist organischer Abfall. Organischer Abfall ist gut. Denn das ist vom Bosch. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Aber da müssten wir wohl auch irgendwann mal noch hin. Wenn wir gerade da sind, können wir mal gucken, ob da jetzt gerade schmeidig schnell einer rausfällt. So viel zu schmeidig schnell, ne? Okay. Das sieht alles nicht so aus, als würde da ratzifatzig mal was raus, ne? Fallen. Also weiter hier rüber. Hui. Da ist unser Baum. Hier lang, hier rum. Käfer. Okay, der ist jetzt aber schnuckelig schnell da verschwunden, ne? Noch einer. vorwächst da jetzt gerade gar nicht das ist das wäre jetzt das wäre jetzt nicht schön aber so gar nicht war okay wir haben das wir haben die nesseln die nesseln glaube ich haben nicht richtig machen die ja 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 hier hin da müssten eigentlich und da sind gar keine mehr hey 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 herbarium sagt hier her hier hier ja ja du hast nicht du hast nie genügend kraft für irgendetwas da ist hier nein raus so dann hier dann auf kv da kommt er auch mal raus hier hin es hilft nichts wir müssen ob wir wollen oder nicht mal hier hin dann mal hier hin du gehst mal dahin dahin daher ich kann ich mich nicht einfach hier fallen geht das nicht richtig öffnen falsch hier öffnen hier raus hier rein hier rüber hier verarbeiten dann hau doch da mal ein bisschen organischen abfall durch weil wir bärten ihn brauchen haben wir das dann können wir hier hin dann können wir hier hin dann hier 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 mach mal mach mal mach mal baumal bretter hervorragend mehr bretter ich weiß wir werden wir werden mehr bretter brauchen ich bin mir sicher dass wir mehr bretter brauchen werden hier werden wir immer mehr bretter braucht es gibt ja noch so viele schränke zum bauen für die man dann bretter braucht und wir werden so viele schränke brauchen also hey wir können jetzt dann langsam aber sicher in die landwirtschaft einsteigen ja das ist ja auch schon mal echt eine menge wert und auch nicht vergessen hier hin hier hin hier hin und weiter geht es einfach weiter bretter klopfen die müssen raus die müssen durch und ja ich weiß es was haben wir zum essen was hätten wir zu essen wir hätten wir können die guane mehr auch wasser ja dann bringt hier rüber hier rüber da hoch da lang der rein der raus bitte macht das danke dann hat ihn da wieder rein dann dort fertig ist so sommer tat auch mal auf alle fälle der muss ja auch irgendwann mal gemacht werden thymian ich brauche thymian ich werde dir thymian machen ich werde es dir so hart einführen ich werde dir so hart thymian geben mein freund dann haben wir das dann können wir hier rein kriegen wir das da noch drauf dann kommt das kommt das kommt das dann kommt das dann wollen wir hier hin dann hier hin dann hier hin dann hier hin dann hier hin und dann dreschen wir die säge durch so hier hier dann haben wir hier das dann haben wir da unseren dann informiert dann auch je nach oben die guan owich oh denn hier hier twitter hier hier hierauthent und ihre hier rüber dann machen ganz geschmeidig ein Thymian Tee ganz locker und geschmeidig machen wir das haben wir wieder haben wir wieder nichts in der Gießkanne haben wir wieder kein Stoff in der Gießkanne immer das gleiche dann können wir hoch haben wir unseren Leguan nicht vergessen haben wir unseren Leguan schon vergessen einmal ja hierhin dann dauert das noch eine halbe Stunde so dann kann das doch gar nicht ist gut da hin und das eigentlich könnten wir da auch aber das machen wir nicht hier und hier rüber hier und dann geht es weiter das ist sehr gut äh täuscht mich aber nicht ne wir hatten 10 Stück ich werde sterben wenn ich nicht bald etwas esse ja komm hey Drama Queen da hin auf dem leckeren Tee rein und keine Sorge ja wir haben Notfallrationen ja wir haben hier Notfallrationen das kann man theoretisch essen also fürchtet euch nicht man kann theoretisch auch Mais frischendrin mal essen das wäre zwar kein Herbarium sondern Fungarium keine Ahnung ob die irgendwann mal brauchen werden aber hey aber hey man braucht nicht ne hey was wird man hier noch alles machen können das ist ja das ist ja Hammer da 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 ich habe Raupe ok hier Raupe 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 Baumwolle Raupe Baumwolle es ist wahnsinn eigentlich hier rüber daran ja geil steine genau das was ich wollte super danke spiel hier sieht nach mörderisch vielen käfern aus und weiter 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 hier hoch hier rum hier rüber da dauert es nur lang lang kann es wir essen wir genehmigen uns das nur 40 mehrmals bei wir bräuchten nicht viel mehr liguane wir bräuchten viel mehr liguane wir machen mal das glas hier weg das ganze vertrocknet er einfach weil es halt einfach halt auch weil es scheiße aus hier 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 mal schön mal schön ramba zamba harakiri zack zack wir brauchen noch ein bisschen hier lang hier schön ja da lang ich glaube das vertrocknete gras muss weg weil sonst kannst du das andere nicht ordentlich nachwachsen da schön lang rum rüber hier her danke dann hier 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 aus hier sieht gut aus dass wir da auch noch weg immer lang geben sondern würde ich sagen haben wir uns haben wir den hier nochmal um richtig wo habe ich mir das doch vorgestellt hier hier dann wir haben hier hin hier hin hier hin hier hin hier da sind natürlich zwei gefallen ne okay klar das heißt aber auch wir können hier hingehen gehen hierher dann da dann haben wir eine kiste mit trocktem gras würde ich sagen also hin also hin und dann ganz bequem und gemütlich wunderbar aussammeln habe nicht genug platz okay gut wir gehen da mal rein wenn er sagt er hat nicht genug platz dann gehen wir da rein und 99 hey an mehr mehr hast nicht genug platz nachher packen wir hier gehen auch dann gehen wir hier runter gehen hier hin packen den da rein und gehen wir hier hin kaufen wir uns auch noch rein dann hierher hier packt hier hin hierher hier ja weiß ja ich möchte schlafen macht das verdammte axt so aber meine lieben ich würde sagen während er hier so vor sich hin spricht wünsche ich euch einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt wir sehen uns in der nächsten folge wieder vergesst dich zu bewerten lass gerne kommentar da bis dahin